Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Renato, das war doch eine deutliche Sache jetzt am Ende, hätte auch vielleicht noch deutlicher sein können. Ich denke mal, die Enttäuschung wird sicherlich groß bei dir sein. Was ist heute passiert? Ja, klar, ich bin ziemlich enttäuscht, weil wir von der ersten Minute nicht präsent waren. Und klar, wenn man solche Derby-Spiele hat, bringt man keine Wille, keine Laufbereitschaft, keine Zweikampfbereitschaft, wenn man gewinnt. Auch in die Gehe. Was im Detail hat heute nicht funktioniert, was denkst du? Ich glaube, unser Mittelfeld hat heute total versagt. Wir sind das, was wir von dem Spiel ausgemacht haben, wir waren nicht präsent in den Zweikämpfen. Wir sind zweite Bälle in der Orban, für die Gegner war das dann ganz einfach, Torschanze zu erspielen. Ja, was denkst du, wie es jetzt weitergeht und was man vielleicht besser machen kann, wo man sich verbessern muss? Okay, meine Mannschaft hat schon gezeigt in der Runde, wann die gewissen Qualitäten da sind. Verpessern kann man sich nur mit Trainingseinheiten, die in letzter Zeit nicht gepasst hat, Trainingsbeteiligung und das merkt man. Wenn man eine ganze Woche weniger trainiert oder keine trainiert, das kann man dann nicht Sonntag umsetzen, weil ein Trainer verlangt und sein Spiel. Nächster Gegner Wildbart, was wäre das für ein Spiel, was denkst du? Okay, ich habe die Mannschaft was gut zu machen. Wir spielen daheim, wir wollten die drei Punkte und wir haben uns positiv denken. Wir können noch zwei spielen und versuchen, das Beste draus zu machen. Renato, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf seleb-gmbh.de und dann einen passenden Job finden.